Liebes Lentos, alles, alles Gute zum Geburtstag! Ich hatte die Ehre, schon zweimal hier im Lentos als Kuratorin zu Gast zu sein. Es ist eines der schönsten Häuser, die ich kenne, mit wunderbaren Räumen, in denen es ein großes Vergnügen ist zu arbeiten. Wunderbar ist auch die Sammlung selbst, mit der ich die Störenfriede gemacht habe, eine Ausstellung über den Schrecken der Avantgarde. Und meine zweite Arbeit hier war gemeinsam mit Stella Rollig und Elisabeth Noragdaler, der nackte Mann. Diese Arbeit war wirklich die schönste kuratorische Arbeit, die ich bisher in meiner Laufbahn gemacht habe. Einerseits, weil, wie gesagt, das Haus ein wunderbares ist. Die Sammlung ist interessant und das Team ist einfach 1A. Es ist ein großes Vergnügen, mit den Menschen, die hier im Haus arbeiten, zusammen eine Ausstellung zu entwerfen, aufzubauen. Und ja, ich kann dem Haus nur gratulieren. Vielen Dank. Vielen Dank.